Nachtgespräche. Hallo Freunde, zu den Nachtgesprächen, Ausgabe 4 ist das schon. Ich habe das letzte Mal ziemlich abrupt aufhören müssen und da habe ich geredet über die Rabbit Hole, über dem Kaninchen folgen in den Bau, wenn du zum ersten Mal mit Rockmusik konfrontiert wirst. Und diesen Gedanken möchte ich noch ein bisschen weiter spinnen heute. Du bist also in diesem riesengigantischen Schloss und ich glaube, wenn du als junger Mensch zum ersten Mal mit Rockmusik konfrontiert bist, mich verwundert eher, dass es nicht allen so geht, was ich jetzt sage. Wenn du das erste Mal laute Gitarren hörst, wilde Jungs auf der Bühne siehst, dann beeindruckt dich das als junger Mensch. Manche beeindrucken es eben nicht. Die hören dann einfach vielleicht, vielleicht sind sie unmusikalischer, vielleicht sind sie auch, ja sie haben eben diese Öffnungen nicht, sie haben diese Tore nicht. Aber wenn du auf der Suche bist und noch gar nicht weißt, dass du auf der Suche bist, dass du ein Pilger bist, dass du ein Sucher bist und Musik nur repräsentativ dafür ist oder Musik ein Vehikel ist, dich durch die Welt zu transportieren. Man sagt immer so, schönes Leben sei eine Reise. Und das kann man so sehen. Das ist eine gute, gelungene Metapher, finde ich. Aber die Musik ist das Gefährt. Es kann auch was anderes sein. Für andere ist es eben was anderes. Aber für unsere Eins ist es die Musik, die uns dann immer weiterführt, ins Extrem hinein. Und da ist auch eine Leiter, wo jeder für sich entscheidet, wann er die Schritte einfach nicht mehr mitmacht. Auch ich mache nicht alle Schritte mit, obwohl ich mit Sicherheit mir bewusst bin, über was ist das Extremste überhaupt. Da kann man sich jetzt darüber diskutieren, was ist die extremste Musik, die es jemals gegeben hat. Und ich sage euch eins, die wird wahrscheinlich nicht im Metal zu finden sein, sondern im Free Chess. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber egal, Extreme. Wie weit kann man sie ausloten, wie weit kann man gehen, um überhaupt noch einen ästhetischen Wert, weil ein Bagger zum Beispiel oder ein Vorschlaghammer macht auch dann irgendwann Lärm, der völlig nicht mehr als Musikstück zu erkennen ist. Also es muss noch ein ästhetischer Wert erkennbar sein. Wie weit geht man da? Könnte man auch mal darüber diskutieren. Was wären da die Kandidaten für sowas? Aber das ist eigentlich eine Sendung, die ich dann bei Tagelicht machen würde. Was sind die extremsten Musikstücke der Welt aller Zeiten? Gute Idee, die ihr da hattet. Ich nehme sie auf. Spaß. Ja, also ihr seid in diesem Schloss oder ihr seid in dieser Rabbit Hole. Aber dieses Schloss, das steht natürlich in diesem Wunderland, von dem ich in der letzten Sendung gesprochen habe. Und wenn du als junger Mensch, unser eins, das erste Mal mit Rockmusik konfrontiert bist, dann fasziniert dich etwas, das du erstmal gar nicht verstehst. Und es ist wichtig, dass du es nicht verstehst, weil sonst könnte es dich gar nicht so überwältigen. Das ist nämlich so das Interessante. Wenn man, man sagt immer so, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das ist auch so ein Sprichwort, das darauf referiert. Wenn du etwas nicht kennst, Angst hat man nur vor dem Unbekannten. Wenn etwas bekannt ist, schwindet die Angst. Du fürchtest dich vielleicht immer noch vor irgendetwas, das du kennst und als bedrohlich wahrnimmst. Aber diese Angst, diese Urangst, dieses Urgefühl, das in unserem Reptilienhirn entweder auf Angriff oder auf Flucht schaltet, das passiert nur, wenn du etwas Unbekanntes, wenn du von etwas überwältigt wirst, das du erstens mal noch gar nie gehört hast oder gesehen hast, was du gar nicht kennst und auch gar nicht einordnen kannst. Das gibt es im Positiven und im Negativen. Die Rockmusik hat eine positive Wirkung, eine positive Überwältigung. Wenn du das spürst, wenn du einer von diesen Kandidaten bist, von diesen Erwählten, an denen die Rockmusik nicht als Lärm vorbeigeht, ich rede jetzt von Rockmusik, das kann aber respektive auch Metal sein oder Musik ganz allgemein, aber wir sind halt hier am Metal-Besprechen hauptsächlich, das kann auch etwas ganz anderes sein. Es kann auch sein, dass dich Geigenmusik von Ann-Sophie Mutter interessiert oder von Nigel Kennedy oder Klavierspielen von Lang Lang oder was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine, das kann alles Mögliche sein, wo du dann eben den ganzen folgen willst, aber Rockmusik hat etwas anderes als klassische Musik oder als irgendeine Musik, nämlich das Archaische. Bei Metal dann explizit, damals zu meiner Zeit, konnte man natürlich erst mal nur Rockmusik als Erstkontakt pflegen. Mittlerweile sind ja auch alle Spielarten da, du kannst plötzlich mit Gorgorod infiziert werden, als junger Mensch, als Fünfjähriger. Ja, ja, oder mal Gorgorod an, Burschi. Ja, komm, das ist doch schön. Ja, bei mir war es halt Rockmusik, aber die Identifikation mit dieser Faszination, die ist natürlich identisch. Du hörst irgendwas unfassbar Ungestümes, das ist unglaublich. Und das korrespondiert mit etwas, das, man sagt ja auch immer so, wir sind im Endeffekt Steinzeitmenschen geblieben, nur haben wir eben Technik entwickelt, die wir gar nicht beherrschen. Aber im Herzen sind wir, wir sind keine anderen Menschen geworden. Wir haben uns die letzten 6000 Jahre, mindestens die letzten 6000 Jahre Zivilisationsgeschichte, haben wir uns keinen Deut verändert. Wir sind eben nicht in diese geistige Evolution, indem wir zum Beispiel hier die Zivilisation geschaffen haben und Wissenschaft erschaffen haben, die Künste erschaffen haben, die Technik erschaffen haben. Wir sind nicht im gleichen Maße mitgekommen. Das ist jetzt nun auch keine neue Erkenntnis, aber Rockmusik, dieser Metal, der spricht eben das an, was, ich glaube, wenn wir Neandertal an oder den ersten Menschen, also den ersten Cro-Magnons, den Heidelbergensis und so weiter, wenn wir den Black Metal vorspielen würden, oder bleiben wir einfach mal beim Metal allgemein, würde unseren Vorfahren diese Musik gefallen, würden sie sagen, Uga Uga, also was dann bedeuten würde, hör mal, hör mal, Kurunguk da Gubulugu, was so viel heißt wie, das gefällt uns aber gut, das gefällt mir gut. Jetzt muss man natürlich wissen, dass unsere Vorfahren, die hatten Knochenflöten. Man hat herausgefunden, dass Musik älter ist als die Wissenschaft, wer hätte es gedacht, vermutet. Man hat Knochenflöten gefunden, die Zehntausende Jahre alt sind und natürlich rudimentär hat man gedacht, naja, da sind drei Löchlein drin, natürlich haben die damit Musik versucht. Dann hat man aber Höhlen gefunden, die als akustisches Refugium für diese Flötenspieler gedient haben müssen. Das heißt, die haben damals ihren Sound schon verfremdet. Die hatten Echokammern und die hatten ihre Stellen in diesen Höhlen markiert, wo dann vermutlich verschiedene Flötenspieler standen und ihren Sound variiert haben. Ob du nah an der Wand stehst, ob du weit weg stehst, ob das Echo lauter ist. Und das ist unglaublich faszinierend. Das heißt, dass unsere Ur-Ur-Urfordersten schon im Endeffekt für sich eine Studiotechnik entdeckt haben, die den Sound verfremdet hat. Wenn du draußen spielst, ja, unter freiem Himmel, dann hört sich die Flöte so an, wie sie sich anhört. Aber durch diese Höhlen konnten die ihre, würde ich das gerne mal hören, ihre Flötentechnik sozusagen verändern. Und natürlich wird auch, wird das erste Instrument unter anderem außer der menschlichen Stimme vielleicht, der Gesang, nennen wir es mal Gesang, der unterscheidet sich natürlich vom Operngesang oder vom Klagesang, ganz sicher, von dieser Meisterschaft, wie man die Stimme dann beherrschen kann. Aber das erste Instrument, davon bin ich überzeugt, war neben der Knochenflöte wahrscheinlich eine Trommel oder beziehungsweise das Perkursive. Und man weiß das ja auch von den Aborigines, die haben ja auch so einen ganz merkwürdigen Bezug zur Musik. Wenn die laufen, dann halten die den Takt ein. Und wenn du läufst, dann, 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 versuchst du deinen Schritt zum Beispiel mit deinem Herzklopfen oder mit deinem Herzschlag in deinem Puls sozusagen in Einklang zu bringen, dann verbrauchst du am wenigsten Energie. Und es dröhnt ja auch, dann, 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 dann. Und irgendwann kommt man vielleicht ins Stolpern, dann, 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 dann. Und während man so läuft und seinen Gedanken nachhängt und vielleicht irgendwie den Untergrund irgendwie so stampfig wahrnimmt, denkt man, das mache ich jetzt mal bewusst. Und dann stampft man mit den Füßen einen Takt, der einem irgendwie angenehm erscheint, weil er einem Rhythmus folgt. Und aus diesem Rhythmus, also ich glaube, am Anfang war eben der Rhythmus und nicht die Melodie. Die Melodie kam dann kurz danach mit diesen Knochenflöten. Aber die Faszination dieser Musik, diesem Rhythmus, der einem gut tut, man merkt plötzlich, Tanz ist ja auch sowas. Tanz resultiert aus Rhythmus. Also ganz am Anfang haben sich Tanz und Musik, das war so eine Einheit und die haben sich dann natürlich in verschiedene Richtungen entwickelt. Der Tanz folgt Rhythmik in erster Linie und die Musik folgt auch Rhythmik. Selbst die Musik, die keinen Rhythmus hat, selbst klassische Musik, ist nicht rhythmenfrei. Nicht immer, zumindest. Die wechseln ihre Rhythmen und so weiter, aber die haben ihre Keys. Ansonsten würde ja alles im Chaos versinken, oder? Wir hätten, wie ich es vorhin schon genannt habe, wieder die Beispiele von Free Chess. Und dieses Archaische, dieses, was hat die Menschheit in ihrer Morgendämmerung als erstes getan? Natürlich Nachkommen, Nahrung, Wasser, Sicherheit, sich zusammenrotten, damit man gegen andere Gruppen sich zur Wehr setzen kann. Und wenn das alles gelungen ist, wenn man seinen Claim abgesteckt hat, man hat seine Höhlen, man hat seine Kinder gezeugt, man hat seine Kleidung aus Bärenfell, man hat noch einen halben Mammut in den Kühlschrank stecken, man hat noch ein paar faule Früchte, die man fressen kann und die einem den Rausch geben. Was macht man dann? Man tanzt, man macht Musik, man unterhält sich, man versucht sich irgendwie eine Geschichte zu erzählen, man versucht eine Jagdszene an die Höhle zu malen. Also Kunst, Kunst war von Anfang an im Menschen drin. Und das wird, in der Kunstgeschichte ist das natürlich kein Thema, aber in der Allgemeinheit ist, dass es die Kunst ist, die uns zu Menschen macht. Die Möglichkeit der Abstraktion. Was ist Kunst? Was ist Kunst? Wir wissen es immer noch nicht. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, Kunst kommt von Können, dieses Ding, was ja früher mit Sicherheit mal so war, heutzutage kannst du irgendwo auf den Boden scheißen und wenn jemand da ist, der sagt, das ist Kunst, dann ist es Kunst. Also was macht Kunst zu Kunst? Dass du jemanden brauchst, der sagt, das ist Kunst. Vorher ist es keine Kunst. Und dann kann natürlich alles zur Kunst werden. Ich könnte ein Künstler sein. Ich könnte jetzt hier sitzen und jemand sagt, was der Krempe hier macht, das ist Kunst. Das ist Eventkunst oder Mundkunst oder Blabberkunst oder Quatschekunst oder sonst irgendwas. Wenn das niemand sagt, ist es in erster Linie ein YouTube-Video, wo jemand einfach zu euch spricht. Vielleicht kommt jemand und sieht da mehr drin, sagt er, das hat aber künstlerische Effekte und einen künstlerischen Ausdruck. Und während er redet, schlägt noch seine komische Kirchtum-Uhr, dass er gar keine Kirchtum-Uhr ist, sondern eine Fledermaus-Kammer-Uhr. Um heute mal bei den Nachtgesprächen zu bleiben. So, jetzt verliehe ich gleich den Track, weil ich mich auf die Uhr schon wieder konzentriere. Ja, also dieses Kunstverständnis, aus dem wir dann auch Sprache, Kommunikation, wir wollen mit dem anderen kommunizieren, wir wollen ihn amüsieren. Wir wollen ihn unterhalten, den Partner zum Beispiel. Ich stampfe dir ein Lied oder ich flöte dir ein Lied. Und die Frau liegt da und sagt dann, hast du gut gemacht, mein Männchen. So zum Beispiel. Man möchte den anderen erfreuen. Man möchte dem anderen eine Freude machen. Ich glaube, der Altruismus, man möchte ihm ein Hähnchenschenkel in den Mund stecken. Und dann möchte man ihm von seinem fauligen Apfel was abgeben. Und dann möchte man, heute würde man sagen, eine Platte auflegen. Damals würde man sagen, ich tanze dir was oder ich flöte dir was. Und dieses Urgefühl, das ist wieder eine Kerze ausgeblasen von lauter Zeug. Und dieses Urgefühl, dieses Urgefühl von einer Achaik, ein achaischer Rhythmus, etwas, das wir nicht gleich greifen können, etwas, das sich für die Masse gefährlich anhört. Und da sind wir dann bei den Kelten zum Beispiel. Die Kelten waren ein sehr erstaunliches Volk, was wir von immer auch von Ihnen wissen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass sie eine große Hochkultur war, die zwar keine Schrift besaß, aber unglaublich. Also die haben mündlich alles überliefert. Die brauchten keine Bücher, weil sie sich die Bücher einfach erzählt haben. Ich glaube, eine Ausbildung zum Druiden ging über 20 Jahre. 20 Jahre, warum? Weil die natürlich ihre Bücher oder ihre Überlieferungen auswendig lernen mussten. Erst dann waren sie folgewertige Droiden, also so, und die Droiden, die Kelten, sind ausgestorben. Und seitdem, wir wissen nichts. Wir haben nichts aufgeschrieben. Wir haben ihr Geheimnis sprichwörtlich mit ins Grab genommen. Und die Kelten hatten so, was wir wissen, was wir gefunden haben, diese Bronzehörner, die so aussehen wie Drachen oder Wölfe. Und das waren Trompeten. Und die gingen hoch hinaus, ich weiß nicht, die waren ziemlich lang. Und alles, was man sah, wenn die keltische Armee kam, waren diese merkwürdigen Töne. Du hast schwarze Gestalten aus dem Nebel kommen sehen mit diesen Tröten, die so beängstigenden Sound machten. Die so vom Volumen her so beängstigend waren, dass das andere Heer, was sowas noch nie gehört hat, gedacht haben, da kommen jetzt mystische Wesen, da kommen Dämonen. Weil sie haben diese Hörner gesehen, diese Wolfsköpfe, haben diese Töne gehört und nur irgendwelche nebelhaften Gestalten, unabhängig davon, dass die Kelten auch schon Korpsband trugen. Die Kelten, die Wikinger haben das stellenweise gemacht und auch die Germanen haben sich irgendwas ins Gesicht geschmiert, haben sich Zweige in die Haare, Knochen in die Haare, viel Lärm machen. Und die Wikinger, und das weiß man auch, die haben ja auch geschrien. Also die ganzen germanischen Völker, die haben sich natürlich in Rage geschrien, dieses Berserkertum. Die haben auch Fliegenpilze gefressen natürlich, also gerade die Berserker haben Drogen genommen, um in diesen Rauschzustand, in diesen Kampfextasezustand zu kommen und haben gebrüllt und geschrien und haben sich gegenseitig angebrüllt, um sich zu erhitzen. Und wenn man sich gegenseitig anbrüllt, dann hat man im Endeffekt das frühe Äquivalent zu einem Heavy-Metal-Konzert. Laute Musik, die Endorphine werden frei, das Adrenalin strotzt durch dich durch, die Begeisterung wächst. Deswegen ist so ein Live-Konzert immer was anderes, als eine Konserve allein zu Hause zu hören. Du hast die Masse, es stinkt nach Schweiß, es ist laut. Und das simuliert im Endeffekt diese Ekstase, die man hat, wenn man die Welt erobern will oder beziehungsweise eine andere Gruppe niederringen will. Und die ganze Kulturgeschichte, wenn man sich die anschaut, da gibt es sehr, sehr viele Dinge. Jetzt kann man natürlich sagen, Musik ist im Endeffekt der kontrollierte Teil unseres archaischen Daseins. Und im Metal findet das am besten seinen Ausdruck. Nicht in der verkopften Klassik. Ich habe nichts gegen Klassik, darum geht es nicht. Aber da findet sich das Intellektuelle, das ist keine körperliche Musik. Der Jazz ist wieder was anderes, der ist schon körperlicher. Aber so richtig ergreifend, so richtig, dass der Bass irgendwie in die Magengrube drückt und deine Ohren flattern, das bringt der Metal aufs Parkett und das hat natürlich sehr, sehr viel mit Archaik zu tun. Unabhängig davon, wie filigran dann manche Metal-Musiker heutzutage auch wirklich ihr Instrument beherrschen, das Grundprinzip bleibt das gleiche. Es ist eine archaische Musik, selbst wenn es proggy ist und ziseliert und schön melodiös und so weiter. Da kommen wir nämlich dann in einen anderen Bereich, wenn die Fantasy mit eine Rolle spielt. Aber das muss ich auch in einem anderen Video irgendwie erklären, was eigentlich dieses Fantasy-Konstrukt, wenn das dann noch dazu kommt, diese Imagination im Lyrischen, im Tolkienesken, im H.P. Lovecraftien Kosmos, wenn es dann entweder dunkel wird oder magisch und so weiter. Warum wir uns Geschichten erzählen, das passiert ja auch in der Musik. Wir erzählen uns in der Musik Geschichten weiter. Horrorgeschichten, philosophische Statements, Fantasy-Geschichten, lustige Begebnisse und so weiter. Im Metal überhaupt, also in der Musik überhaupt. Und das war jetzt eigentlich die Fortführung von dem, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass du überwältigt bist von etwas, das du nicht kennst. Und dann guckst, was es da noch gibt. Also so ging es zumindest mir. Kiss? Okay, jetzt weiß ich das. Ja, gibt es denn jetzt noch mehr solche Gruppen? Und dann hörst du easy-deasy. Aber ich hatte ja das Glück, dann kam Iron Maiden. Dann siehst du den Eddie das erste Mal. Und dann hörst du eine Musik, wo du denkst, ja, das ist ja was völlig Abartiges. Ja, gut. Denkst du, oh, das ist das Härteste, was ich je gehört habe. Mowderhead. Oh, das gibt es ja gar nicht. Dann kommt Venom. Um Gottes Willen, was? Dann kommt Metallica. Irgendwann kommt Slayer. Und dann denkst du, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es. Ich bin fix und fertig. Dann kommt Possessed. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Dann kommt Death. Oh, jetzt kann ich aber wirklich nicht mehr. Jetzt kann ich so richtig nicht mehr. Dann kommt Darkthron und Emperor und so weiter und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Also, wie weit geht das? Da habe ich ja am Anfang vom Video gesprochen. Wie weit kann man gehen? Wie weit kann man gehen, dass man noch einen ästhetischen Wert hat? Es gibt Leute, die legen gar keinen Wert drauf, sondern die wollen wirklich nur irgendwie das Äußerste vom Machbaren. Die wollen sich halt zuknallen. Ist Grindcore zum Beispiel, außer dem Spaß, den man mit Grindcore hat und haben kann, ist es wirklich eine Musik, die man sich hinlegt und dann auflegt und dann genießt? Ich denke, der Grindcore hat eine ganz andere Szene um sich und eine ganz andere Begründung für seine Musik und es wird wahrscheinlich eher diejenigen, die Grindcore machen, interessieren. Ausnahmen natürlich. Napalm, Death und so weiter. Von mir aus auch das, was die Kadaverficker machen. Das ist ja kein Grindcore mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Black Metal ist eine Ästhetik in sich. Der Death Metal ist auch eine Ästhetik in sich, aber eine völlig andere, als der Black Metal ist. Wir müssen uns die Unterschiede irgendwann mal anschauen, weil im Endeffekt speisen sich Black Metal und Death Metal aus der gleichen Urquelle, bilden aber verschiedene Ästhetiken ab und verschiedene Aussagen und verschiedene Philosophien natürlich auch. Das machen wir aber ein anderes Mal. Für heute komme ich zum Ende, weil ich im Endeffekt ja jetzt das letzte Video vollendet habe und hier können wir jetzt einen guten Break machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Nacht wieder, hier vor unserem Kamin oder unseren Lampen, unseren Kerzen. Bis dahin, gehabt euch wohl.